Willkommen liebe Happy Gang und willkommen zu einem weiteren Video auf dem Kanal HappyStyle Leerzeichen oder Strich HD Ja, wie viele Leute einfach wegen den Sturm verrecken Ich bin auch dabei Sehr guter Philipp Moin Loin Moin Loin Du hast mich gerade vergessen Wo ist das? Vorzufillen Seht ihr gar nicht Oh, wir haben Revo Revo Wir haben ja Vödel nach 5 Was geht denn hier ab? Na, Controller ist aus Ja Was? Dafür lädt man ja die Controller auf Warte, ich muss sogar zwischen den Controller Haunted Hills Haunted Hills Ich hasse es auch Da liegt nirgendwo ne Waffe Lass mal Snobby gehen Leider, Bliespark bitte Bliespark, Ida? Okay Ich geh wieder Ekhaus, ich geh Ekki Ekki, Fekki Eigentlich ist das ja außer Red Ich geh in Red Ich geh in Blue Ich geh in Blue Nein, der Schubel nicht Ey, schick mal den Stream Ding Weil mein Handy ist grad nicht da Warte ich kurz, ich muss grad hier vernünftig baracken landen Hier ist keiner Hier ist keiner Hier ist gar keiner Doch hier ist hier aber doch Einer, Einer, Einer Den hol ich mir Wo, wo ist er gelandet? Weiß ich nicht, irgendwo in der Mitte oder so Keine Ahnung, ist egal Nicht sofort drauf gehen Ich hab'n Revolver, dann hol ich den jetzt Nein, okay, ich will nicht übermitte werden Wenn der jetzt mit Pumpkin hat, bin ich komm der tot Eine Pistole Eine Pistole Aber nehm' ich nicht mehr Ich schieb'n Revolver Ja, ich war grad bei dir in der Nähe Ich bin bei Standard, grünen Punkorn Blaue Schutze Das war eine Pistole Bei mir dann so ist wer Also ich vermute es Ja, ich geh'n Revolver Oh, grüne Pumpkin für dich Okay, ich geh' jetzt keiner In Warnung Grüne Pumpkin Oh, ich schütze Abstauben, aufstauben Egal, egal Einfach raus, alles Einfach raus Abstauben Komm, Philipp, wir müssen hier raus Deine, ich seh's, ich seh's Komm, Philipp, egal Einfach Hier läuft nochmal rum Rechts ist jemand Rechts ist jemand Im Baumhaus ist jemand drin Hier hinten springt Der Baumhaus Hier hinten springt irgendwo rum Hab' ihn Mit Revolver Das ist viel zu lächerlich Kein Spaß Da kommt er Hinten Hinter der Hütte kommt er Hier ist noch wer Dann hab' ich ja ich hab's gewusst aber ich konnte nicht zu ihnen machen jetzt ein baumhaus ich habe die ganze gesagt ja ich hätte gedacht dass das denn ich komme ich habe gesagt der ist ein baumhaus das ist ein baumhaus das ist aber weiter die haben wir auch alle beide bekommen von vorn haben wir einen abgeschossen und von hinten haben wir einen abgeschossen es ist die warte schlange voll dann erstmal ganze zauber wechseln mache ich kurz ich mache schon ja du machst ja wir mal aus ozeanien nordamerika nordamerika also zwischen durchstelle ich mal meine kontrolle empfindlichkeit hoch und da wird sie schon auf acht ich habe die auf acht nähe also das ist einfach nur die besseren ja ich gewöhne mich halt dran und irgendwann also wenn ich jetzt auf leben trainiert sind dann auf acht jahre dann finde ich das genau so an ich gebe es aber ozean und ja wir müssen nur auf wo weit drücken ja aber das mache ich doch immer ich werde aber immer auch wegen der gruppe für diesen spielmodus zu groß dann tritt noch mal ganz auf du was soll ich sie wieder wieder wieso bin ich auch auf solo und solo ich kann ich kann einfach nur auswählen ich verlasse das ist die gruppe und kommt gleich wieder rein ich kann auch ein bisschen ab ich bin ich kann auch ein bisschen aus geht nicht das ist dann ozeanien meinte ich tritt immer kurz bei du kannst auch ich habe ja auch nicht einfach ich kann ja nicht beitragen kann du nicht spielen was ist da jetzt los ja es geht gut du kannst du es bei mir dann verlässt du eben und kommt wieder rein gut bei mir ist du eigentlich da du kannst einfach reinkommen dann kommen wir den Tung ein ich kann ja bitte Luca der muss noch kommen ich kann nicht beitreten geht einfach nicht ich laden dich ein auch die Feuerwehr ist bei uns weg aber die Feuerwehr ist weg hast du schon gemacht? Was war das denn jetzt? Geh mal bereit. Da war dann voll der Mann. Alles geht wieder. Alter, das war ja schlimm. Was passiert, wenn ich jetzt im Server bin? Also was ist noch großes? Brasilien muss ja noch richtig. Nordamerika, da gibt's Amerika. Die müssen bestimmt auch du spielen können. Jetzt haben wir mal Nordamerika. Da ist die Walderschlange voll. Die kriegen manchmal, wenn sie zur Spielersuche zu kommen. Probe, konnte ich da so noch ausmachen. Suche nach Absätze. Warte mal. Geh euch im Übrigen. Ich geh nochmal rüber. Die liegt bestimmt auch ein bisschen drin. Mhm, da kann es einfach nicht liegen. Gerade ist ja auch sportlich lang voll. Dann warten wir mal ran. Bei mir steht nur langes Inhalt. 100%. Bei mir steht nur langes Inhalt. 100%. Bei mir steht nur langes Inhalt. 100%. Bei mir steht nur noch Server. Bei mir steht warten auf Server. Bei mir auch, wir sind drin, ey. Alter. Um, ach du mal, das war doch schonallo. Ja. Was war denn das jetzt? Ja, ich kann es. Äh, ja. Hollywood-Hits. Ja, wie die Empfindlichkeit abgeht. Nobby. Nobby. Schau aus. Ida. Es ist 25. Robin, es ist Nobby, ne? Da kannst du mir gerade erzählen. Ja, das war gerade so krank. Julian hatte 3 HP und hat 3 Kinder getötet. Ja, das war so krank. Erstmal so den Phil Bobby down. Ähm. Dann war der eine so niedergeschreckt. Ja. Danach, äh. Kann noch einer sein Team-Mate. Dann habe ich dann, ähm. Auch weggemacht. Danach kam noch mal ein Team und habe ich auch noch mal. Ja. Verteilt. Die sind fast keine. Geil. Geil, hört ihr das an und geht direkt. Ja. Granatwerfer. So, aber. Ich habe einfach einen scheiß Granat, den habe ich nicht. Ey, gibt mir noch wenigstens eine Panker, wenn ihr hier schon nichts passiert. Wow. Was im Haus. Was im Haus. Die langsamerung ist da. Der. Wenn du glaubst du, ist das nicht. Amit kommt gleich vorbei. Hier ist es scherzend. Wenn du glaubst du das nicht. Äh. Weil wir lügen uns und manchmal mitzutrauch. Ne? Grünes Dunkel wäre Ida. Nein, ich glaube nicht. Das war auch eine Lüge. Mann, sag. Ich habe gerade so gesagt, ich glaube dir. Guck mal, ja, ich bin unten. Weil ich muss gerade sicherlich feststellen. Ach, sie ist zu groß. Hier oben ist es Stuhlgewässig. Ich habe Grün. Vier und zue Gegner. Ja. Ida. ein kippe bei der also kann auch wegen deiner innen haus die machen die punkte und schau ab in den haus vor und vor den fonds kommentar es ist sie noch ober auf dem dach hier ist auch noch irgendwer der typ hat hier gerade drei headshots verpasst und ich hatte eh flüssig okay kann sich die streben sind wir so schluss queen mary besteht aus 250.000 legosteinen und lange und harter arbeit errichtet Julien? Jo? Copy, right? Ja, ich weiß. Hey, ich hab die Scheiß-Warteschlange voll. Ach, nicht mehr. Hey! Warten auf Server. Aber ein Team haben wir wieder rasiert. Ich kann dir was zu mir da einladen. Hilfe. Ich dachte vorher mal, der wäre gut. Der Typ hat auch immer so frittig gut getan. Also ist aber so der King in der Welt wäre. Und dann so... Der ist so scheiße, dieser Watzel. Robin, was sagst du zu Watzelmüller? Ich bin mir da. Was? Ich bin mir da. Ja. Wo bauen wir den Stream ja gar nicht mehr. Aber ist das so, wenn wir dann gewinnen haben, wir nicht auf Stream, ne? Ja. Äh... Einmal will ich. Einmal will ich. Okay? Okay. Ich war... Ich war überall heute außer in Junk Junction. Und in Tilted House. Tilted House war es auch. Also du meinst aus den Neunstetten? Du meinst aus den Neunstetten? Ja. Da war ich auch noch nicht... Ich war noch nicht in How to Tilted Junk Junction. Ich war nur noch... noch nicht in Junk Junction. Sonst war ich, glaub ich... Ich war auch überall. Die waren, glaub ich, beim Schrottplatz nicht mehr aufgefallen. Junk Junction ist der Schrottplatz. Junk Junction ist, glaub ich, so ne... Art... Schrottplatz. Hier. Flash Factory. Auch so ne... Abge... Wie viele... Leute hier einfach sind. Und ich bin extrem hoch. Du bist dann noch mitreitender. Ich bin extrem hoch. Digga, übertrappte nochmal. Ich geh auf den Big Ben. Geh du da... Hinter... Hinter die Hütte. Bei Big Ben. Bei Big Ben jetzt noch ne Hütte hinter. Fuck, leck mich doch. Hör unter... Hier vorne. Ja, ja, genau hier. Wie die Typen abfällig schon wieder mit Scar rumschießen. Ja, wir sind hier. Das ist krank. Ich brauche ne Waffe. Ich hab auch keine. Ich hab auch... Er ist eine. Willst du dich munitieren auf dem Bett? In der Toilette ist eine Ruhe. Und ich hab auch schon mal Falle. Was kam raus? Äh... Was? Salbe. Wie viele sind die hier? Ich hab auch schon mal Falle. Ich hab auch noch eine Tiltie. Ja, wir machen Tiltie, die war nicht mehr. Und dann müssen wir jetzt durch. Oh, äh, in ihrem Dschungel. ich muss mal kurz war es auf uns Ich habe ihn nicht Ich habe ihn nicht Oh, ich habe ihn nicht Oh, ich habe ihn nicht 6 6 Das ist nicht Habe einen. Sauber. Heilung. Heilung. Ey. Ich liebe diesen Revolver. Kein Spaß. Ich freu jetzt so dringend eine grüne Pumpkin. Äh, nimmst du dich dafür. Hast du eine grüne Pumpkin? Ja. Als ob, gönn dir. So zu hab. Danke. Ja. Ich bin anstrengend. Hast du Omoni? Ja. Ja. Bald haben wir, bald haben wir, bald haben wir irgendwann auch mal was gar. Ja, wow. Der kriege wohl schon gelohntet, kann man so gar nicht so. Ich kann sich alles bezweifeln und quatschen. Lass mal, dass wir versuchen, Heilkorn zu holen. Mit Big Ben? Na, also einfach nur hier hoch, die Treppe. Hier unten, hier unten, hier unten. Ich will's dir Camper-Schwein-Stelle, übertrat doch noch mehr. Ja, ich hab' wir haben ja noch's neu Camper-Schwein gefunden. Halt' ich ne boogie. Eine Raketen-Werferstus. Noch ein Raketen-Werfer. Ich lieg' zwei Raketen-Werfer drin. Fuck, fuck. Da noch zwei Typen. Und wo? Weil ich muss selber mal grad eben gucken. Guck mal auf'n Dach. Nicht dein Ernst. Der Typ wird, glaub ich, so ziemlich alles im Griff. Da waren zwei Raketen-Werfer. Hör auf zu singen. Du, 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 du sagst immer, man darf nicht singen. Ja. Mit Copyright. Copyright erst ab 10.000 Aufrufe. Weil ich dann Werbung kriege und dann werden die Videos überprüft, ob die irgendeinen Copyright-Inhalt haben. Weil, sobald ich ein Werbevideo mit Copyright-Inhalt-Sachen hochlade, wird dann YouTube automatisch auch Probleme quillen. Äh, 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 was wollt' ich mal sagen? Ich würd' dir sagen, wie heißt es? Hm? Tomat-Tom? Oder salzig? Salzig-Salzig-Salzig, da waren wir letztens mal alleine. I've got barely even you. Will? 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 Okay, ich bin schon da. Toll, du springst natürlich. Ich hab alles gehört. Hast du doch was? Hast du doch was? Du hast mich nicht gehört. Doch. Ich hab nur so getan, warum? Ja, hier ist keiner. Also, ich muss das. Gehst du dann nach Baumeid? Ich geh wieder Baumeid. Dann machen wir gleich die Taktik wieder. Gleich die Taktik wieder. Gleich die Taktik. Ich geh mal wieder die drei Häuser. Du machst. Gerne an beiden. Wie ist der bestört? Ich bin jetzt auch einfach eine Taktik am Start. Salve Ida. Monique ist wieder Ida. Ich bin immer alleine. Der hat mal viele Einladungen. Wer wollte ich mir denn noch schicken? Von wem denn? Ja, jetzt hab ich mittlerweile bestimmt schon von acht Leuten eine Einladung rein. Auf dem Pier oder was? Nein. Wenn so. Ich denk. Das war vorhin kein Rocket Launcher. Der ganze Effekt. Das war die. Das war die Klotze. Das waren zwei. Aber hinten hieß das Loch dran. Wo? Und die Klotze hat kein Loch. Bei mir ist ein Gegner. Du glaubst es kaum. Bei mir auch. Ich höre ein. Nein. I lieben deine dr 5000 moderner. Ich komme. Nein. Auf scheduling. Ich komme. ja komm jetzt reichen ganz wohl ist alles gut alles gut dann wir auch das hat mich gerade sehr aufgerüstet du pampern wo ja du hast noch keine pampere oder fragt mal internetverbindungsrat ist angeblich ich habe auch eine grüne aber die möchte ich selber ja gut der ist ja so krass getroffen die ernsthaft mich hat auch extrem kommt getroffen hat mir so viele hits gegeben ich habe erst mal direkt in die kippe genommen das war dieses haus hier kann gar nicht weil hier ist du hier ist eigentlich immer eine punkte ich habe es drüber gewachsen ich wollte die kiste willkommen ja er oben lag nur noch ein grau stumme wer und viele platte mal stehen jetzt hier ja doch 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 okay ich habe ich habe angst die typen waren ja mehr als krank ich bin 500 millionen hits gegeben ja die typen waren mehr als krank das spiel ist nur am backen wie ich gerade einfach hochgepackt habe ich bin ein bisschen nirgendwo ja und mach dich fest wie man es war 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 Bis zum nächsten Mal.